UNTERTITELUNG Menschen machen nur Kopfschmerzen. Und wenn du sie nur brauchst, dann sind sie nicht da. Deswegen bin ich lieber allein, bevor jemand meinen Kopf weckt. Ich könnte das niemals. Egal wie sehr meine Familie oder Freunde meinen Kopf Ding sind. Ich könnte niemals ohne sie leben. Kannst du meinen Müttern uns davon erzählen? Du kennst sie, sie ist einfach zu stolz für sowas. Was hab ich gesagt? Ich bin eine junge Frau, die nicht geheimlich muss, dass sich mit einem Jungen trifft. Tu mir das jetzt nicht an und komm wieder rein. Was willst du eigentlich hier? Soll ich mich jetzt schämen oder schuldig fühlen? Weißt du, weshalb ich immer wieder herkomme? Weil ich hier die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, weil ich gehe. Ich liebe meine Familie und meine Tradition. Ich bin nur manchmal mit den Regeln nicht einverstanden. Ich bin nur mit dem Regeln. Ich bin nur mit dem Regeln. Ich bin nur mit dem Regeln. Vielen Dank.